Der Prinz gefällt dir, Mama, oder nicht? Weißt du, der junge Mann heißt Prinz, Boateng. Weißt du das, dass er Prinz heißt? Und er ist ein Prinz. Er ist ein Prinz, weil er so gute Laune verbreitet. Und wirklich, die gute Seele da Station ist. Ist das nicht schön? Ja, wunderbar.